Ich habe keine Sorge, dass genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und wenn ich meine Mitarbeiter, ich habe ja 1200, wenn ich denen sage, sie seien faul, dann ist es meine Aufgabe, ihnen Arbeit zu geben. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, meinen Mitarbeitern Arbeit zu geben, dann kann ich nicht sagen, sie sind faul. Und deshalb müssen wir endlich in der Politik dafür sorgen, dass diese Auslagerung von Arbeitsplätzen gestoppt wird, dass wir hier Leistung bringen und zwar...